Und damit, The Benz, The Benz, ich bin am Start, ihr Fotzen und ja, es ist mal ein anderes Format, ein anderes Format und zwar, wenn ich das nochmal Infovideo, weil ja jeder Let's Player, jeder Let's Player Arsch das macht und deswegen, ja, deswegen muss ich das natürlich auch machen und ja, deswegen kommen jetzt ein paar Infovideos, ja, ich lasse ein Wahlgespieler, die zählen zwischen Minecraft, wenn ich labere und ja, The Benz, nicht dass ich das nicht mache, ich könnte auch einfach in der Facebook-Seite etwas einschreiben, aber das ist ein bisschen blöd, deswegen mache ich es jetzt hier gleich, dem Video und zwar, es gab einen Minecraft-Update erstmal, aber damit hat das ja gar nichts zu tun, ja, Zur Frage, ein Minecraft-Let's Play, ja, es bekommt ein Minecraft-Let's Play, es läuft ja quasi schon eins, aber das ist ja wie gesagt nur die Demo und das sind nur so Gameplay-Videos quasi, noch gar kein richtiges Let's Play. Okay, dass ich die Let's Play starten, zum Beispiel die Vollversion besitze und die muss ich mir erst zulegen und im Laden kostet das Spielchen so um die 30, 35 Euro und im Store 18 Euro oder wenn ich es mir digital kaufe und hoffe, dass dann alles klappt, ich habe doch kein Spiel digital, doch, ich habe Horrorspiele digital, aber ich weiß nicht, wie das bei so größeren Spielen ist, wie zum Beispiel Minecraft, ob die dann auch gut laufen. Aber ich habe sonst so ein großes Spiel noch nicht digital gekauft und wenn es gut klappt und hinhaut, dann kommt ein Let's Play, es kommt auf jeden Fall eins. Zum zweiten Thema, äh, Und ja, wenn es schön mit ihr dabei seid, bei diesem Livestream wird auf jeden Fall ein harter Livestream. Ähm, ja, und er soll um 16 Uhr starten. Ähm, ja. Uh, 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 ach, ja. Zudem bedanke ich mich nochmal für die vierte Aufrufe, nochmal ein Video, sobald das ja nicht viele sind, aber trotzdem auch danke an die, die mich, die mich abonniert haben. Ich weiß nicht, wer alle heißt, auf jeden Fall sind welche dabei, wie heißen die nochmal, Umi Shenhui und Dragon Lucas, glaube ich. Und dann noch, wer noch, ich weiß es nicht mehr. Äh, Percy. Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall sechs Abonnieren. Oder noch irgendwelche anderen, ich weiß es nicht mehr. Aber danke nochmal, dass ihr mich abonniert habt. Bei YouTube machen geht es mir nicht, das ist der dritte Punkt. Geht es mir nicht, äh, um berühmt zu werden, sondern was mir Spaß macht. Ich mache YouTube Videos zum Spaß, um anderen Leuten zu helfen, wo wir Spielen nicht weiterkommen. Und vor allem auch, äh, ja, um die Spiele ein bisschen zu zeigen und halt, euch zu zeigen, wie ich die Spiele so spiele. Deswegen mache ich auch YouTube. Ähm, ja. Und, ja. Das ist, wie gesagt, der Punkt. Und ich hoffe, ich bin jetzt online, weil nicht, dass ich hier jetzt nur rumlaufe. Nee, das hetzt, das hetzt ja das an, Gott sei Dank. Oh Gott. Das wäre schlimm gewesen, wenn ich das nochmal aufnehmen müssen. Äh, kannst du mal den anbringen, danke. Wie gesagt, es kommt ein Minecraft Let's Play und es kommt heute ein Livestream. Also schaltet ein. Und dann noch, ja, was gibt es noch zu sagen? Ich will sie gerne mal mit der Umi Xin Hui, weiß nicht, ob sie das hier schaut, äh, mit ihr gerne mal ein Together-Part machen, wo sie mal in einer Live-Aufnahme dabei ist. Ja, das würde ich auch mal gerne machen, wenn ich sie sich natürlich bereit erkläre dazu. Ja, mehr ist eigentlich nicht zu sagen. Ähm. Ähm. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob ich D-Likes hab, ich weiß nicht, oder ob der Surix D-Likes hat. Ich glaube, Surix hat D-Likes, aber ich nicht. Äh, ich weiß nicht, aber ich weiß wirklich nicht, ich hab mir verschiedene Anlagen geprüft, aber, naja, ist es scheißegal. Weil ich, ich mach einfach Videos, ist mir scheißegal, wie viele Likes die kriegen. Ist mir da wirklich zu schnurz auf die Sache. Ich kann euch ein wenig die Spiele zeigen. Wie gesagt, es kommt ein Minecraft Let's Play und wir werden auch, vielleicht hier das Let's Play der Tutorial-Welt verbringen, weil, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Dass wir hier so ein geiles Haus bauen, vielleicht dann hier am Strand sogar, naja, aber ich werde sowieso mal eine alte Welt von PS3-Version übertragen und dann zocken wir halt auch mal in der. Da müssen wir halt schauen, wie wir es machen. Ja, das kommt, Let's Play zu Minecraft. Äh, Let's Play Call of Duty Black Ops 3, das läuft immer noch und es geht auch weiter und Sydney Cave. Ähm, ja, Sydney Cave ist eigentlich mal ein richtiges Let's Play. Um da nochmal ein richtiges Let's Play auszumachen, müsste ich das Spiel nochmal auf einen anderen Benutzerprofil spielen. Weil ich kann die Einladung-Sequenz nicht abspielen lassen. Wenn ich die erste Erinnerung starte, dann startet er sofort die Mission mit der anderen Sequenz halt. Und deswegen geht das nicht. Und da schiebt die gerade so ein Arschloch wieder ab. Ey, wo ist dieses Arschloch? Alter! Au! Ah! 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 Ich bin Klitschko! Fladimil Klitschklo! Doktor Eisenfaust! Scheiße! Wer heißt doch Doktor Eisenfaust, oder? Alter, willst du mich verarschen? Mensch! Ja! Und... Ja! Wie sagt Umi, schau dir mal bitte das Video an. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir mal zusammen eine Aufnahme machen. Ich werde sie dann sowieso noch mal schreiben. Aber... Sie hat gesagt, ja klar, hat sie mal geschrieben. Aber... Ich habe sie auch mal eingeladen, aber da war sie nicht online. Also ich muss mich schon einladen, wenn sie online ist. Du bist da ausgebrochen, du dreckige Kuh. Dann habe ich ja freigelassen. Und... Tja. So werde ich dann, ob ich jetzt alles weiter gehen. Auf jeden Fall geht Call of Duty weiter. Äh... Ja, was geht denn noch weiter? Was startet noch? Es kommen auf jeden Fall mehr Gameplay-Videos. Ich werde auch von Tomb Raider ein Gameplay-Video machen. Ich glaube, neuen Tomb Raider. Ja, es kommen noch zahlreich Gameplay-Videos. Also richtige Let's Plays müssen selten kommen. Aber... Es kommen welche... Nein! Ja, und... Es kommen welche, aber halt selten. Es kommen eigentlich nur quasi Gameplay-Videos. Wie gesagt, schaut rein. um 16 uhr wenn ich dann halt nicht ihr habt auf jeden fall was zu lachen ich werde mich in diesem video so scheiße anstellen dass ihr mich auslacht glaube ich mal und deswegen ja das war es eigentlich schon wir sehen uns dann wie gesagt im live stream und noch irgendwo anderswo lasst ein abo da und ja blablabla und es werden weiter dass solche videos kommen wenn mal was wichtig ist ansteht tschau